so freunde unser neues online magazin ist draußen in jeder ausgabe die texte unserer videos zum nachlesen also ab in den shop online magazin runterladen und loslegen ja moin leute willkommen auf dem kanal willkommen zu barcarts und willkommen zu einem neuen video in der reihe der general feldmarschelle so ritter von greim für mich eigentlich jemand den ich gar nicht so auf dem radar hatte ich kenne immer nur diese naja ich kannte diese geschichte schon vorher die landung in berlin in eingeschlossenen berlin mit hannah reich und auch natürlich dasselbe ist in dem film der untergang noch mal zu sehen was wir heute machen wollen ist wir wollen mal beleuchten was ist das für ein mann wo kommt er her warum wurde er noch general feldmarschall und was ist mit ihm zu kriegsende wirklich geworden wie gesagt in dem film der untergang fliegt ja nach berlin rein wird noch verwundet am bein und ich werde gar nicht zu viel erzählen auf jeden fall hat benni das wieder extrem gut zusammengestellt und ich hatte damals immer meine bedenken mensch general feldmarschall hier und da das interessiert ja kaum ein aber ich muss sagen die resonanz ist wirklich wirklich gut und benni haut sich da richtig legt sich da richtig ins zeug da wirklich alle daten und fakten zusammen zu tragen also immer wieder sehenswert ich will gar nicht so viel eigenwerbung machen wie gut meine autoren sind aber sie sind wirklich gut deswegen jetzt auch general feldmarschall ritter von greim los geht's so freundern gehen wir mal ran an den kameraden frühe jahre und einsatz im ersten weltkrieg also geboren am 22 juni 1892 in bayreuth war ritter von greim der letzte generalfeldmarschall der von hitler befördert wurde erfolgte der militärischen tradition seiner familie und trat 1911 als fahnjunker in das königlich bayerische heer ein nach erhalt seiner leutnants kommission im jahre 1912 wechselte er zum achten feldartillerie regiment wo er von 1913 bis 1915 als batteriechef und adjutant diente zu beginn des ersten weltkrieges an der westfront greim absolvierte eine ausbildung zum flugzeug beobachter und wurde der beobachtungsabteilung des artillerie regimentes 104 zugeteilt 1916 meldet er sich freiwillig für die fliegerschule in schleißheim und wurde nach abschluss seiner ausbildung im februar 1917 als flugzeugführer eingesetzt als oberleutnant zu greim wieder in den westen und zeigte sich als talentierter jagdflieger und führer er war ein idealist und patriot fähig und mutig und glaubte fest an die rechtmäßigkeit der deutschen sache durch seine fähigkeiten seine beeindruckende erscheinung und seine charismatische persönlichkeit erwarb er schnell den respekt und die bewunderung seiner kollegen vorgesetzten und untergebenen trotz seiner relativ kurzen dienstzeit wurde bald zum leiter der 34 jagdstaffel ernannt später leitete er die zehnte jagdgruppe und schließlich die jagdgruppe greim für seine 28 luftsiege verlieh ihm könig ludwig der dritte von bayern das ritterkreuz des militär max josef ordens und damit den persönlichen adelstitel ritter von zudem wurde greim im oktober 1918 mit dem höchsten preußischen orden dem polemerit geehrt ja dann war der krieg vorbei also gehen wir mal zum schicksal nach 1918 nach ende des verheerenden krieges fand greim seinen weg zurück nach schleißheim seine heimatstadt im märz 1920 jedoch wurde er unter den bedingungen des versailler vertrages im range eines hauptmanns entlassen der vertrag erlaubte es der reichswehr der nicht luftstreitkräfte zu unterhalten greim war nun einer von vielen der sich zur verlorenen generation zählte ohne sichtbaren zweck oder festes ziel schien er durch das leben zu treiben immer auf der suche nach einem platz in einer welt die ihm nun fremd und unverständlich erschien in den frühen zwanziger jahren entschied sich greim in münchen rechtswissenschaften zu studieren wenn dieser phase seines lebens arbeitete er zeitweise als kunstflieger eine tätigkeit die er zusammen mit seinem freund ernst udit ausübte später fand er eine anstellung als pilot bei einer charterfluggesellschaft eine rolle die ihn wieder in den himmel brachte den er so liebte das republikanische deutschland das nach dem ende des kaiserreichs entstand entsprach jedoch nicht seinen vorstellungen wünschen das politische klima das sich nach dem kaiserreich etablierte ließ ihn sich zunehmend unwohl und unzufrieden fühlen diese gefühle der entfremdung und unzufriedenheit spiegeln sich in verschiedenen aspekten seines lebens wieder und beeinflussten seine entscheidung und seinen weiteren lebensweg stark zu beginn der 1920er jahre traf greim auf adolf hitler und wurde schnell zu einem begeisterten anhänger wie viele andere zeitgenossen fand er die verbindung von nationalsozialismus und sozialismus die hitler propagierte äußerst attraktiv greim der sein ganzes leben lang ein romantiker gewesen war hatte wieder etwas gefunden an das er glauben konnte er war auch von hitlers charismatischer persönlichkeit fasziniert und flog mit ihm zum ersten mal in einem flugzeug als die alliierte waffenstillstandskommission auch greims flugzeug konfiszierte wurde er vorübergehend bankangestellter kehrte dann jedoch in die zivile luftfahrt zurück nach dem scheitern von hitlers bürgerbräukellerputsch im november 23 verließ greim deutschland und ging von august 1924 bis mai 1927 nach china wo er für general chiang kai check eine chinesische fliegertruppe aufbaute im oktober 1927 wurde er direktor des bayerischen luftsportverbandes und geschäftsführer einer privaten flugschule die niederlassung in würzburg nürnberg und münchen hatte so dann kommen wir mal zur eintritt in die reichswehr und den beginn des zweiten weltkrieges im januar 1934 kehrte er in die reihen der reichswehr zurück und setzte seine militärische karriere fort in der rolle eines majors wurde er mit der verantwortung betraut die deutsche verkehrspfleger schule in würzburg zu leiten an dieser versteckten einrichtung wurden heimlich piloten für die kommende deutsche luftwaffe ausgebildet nur wenige monate später nämlich im april desselben jahres wurde greim zum oberbefehlshaber des jagdgeschwaders 132 ernannt dieser verband der als erster jägerverband der luftwaffe galt hatte seinen standort in döberitz in der nähe von berlin im märz 1935 verkündete hitler die wiedererlangung der vollständigen militärischen souveränität deutschlands damit wurde auch das lange gehütete geheimnis der existenz der neuen luftwaffe gelüftet in diesem zusammenhang wurde greim zum inspektor der jagd und sturzkampf leger ernannt eine position die seine verantwortung und seinen einfluss innerhalb der luftwaffe weiter erhöhte greims aufstieg innerhalb der luftwaffe war bemerkenswert und geschah aus gutem grund sein talent seine erfahrung und sein fachwissen waren unbestreitbar aber auch sein gesellschaftlicher hintergrund und seine politischen überzeugungen und beziehungen trugen zu seinem aufstieg bei so wurde er im jahr 1935 zum oberstleutnant befördert 1936 zum oberst und inspektor der flugsicherung und gerät 1937 zum chef des personalamtes im reichsluftfahrtministerium und 1938 zum generalmajor und mitglied der deutschen akademie für luftfahrtforschung im jahr 1939 wurde schließlich zum kommandeur der fünften fliegerdivision ernannt die fünfte fliegerdivision hatte zwar am polenfeldzug nicht teilgenommen wurde aber im winter darauf zum fünften fliegerchor aufgewertet mit wirkung zum ersten januar 1940 wurde greim zum kommandierenden general dieses kors ernannt und gleichzeitig zum generalleutnant befördert ein erster größerer einsatz im zweiten weltkrieg fand während des frankreichfeldzuges statt in dem greims fliegerkorps den auftrag erhielt an der südflanke des hauptangriffes direkte luftunterstützung für das heer zu leisten mit seinen fliegern gelang es ihm das französische transport und nachschubsystem erfolgreich zu zerschlagen nach der kapitulation frankreichs wurde greim mit dem ritterkreuz ausgezeichnet und am 19 juli 1940 zum general der flieger befördert bis zu einem gewissen punkt im krieg hatte greim leistungen erbracht die zwar anerkennung fanden aber nicht als spektakulär bezeichnet werden konnten dies änderte sich jedoch mit einem strategischen zug der im frühjahr 1941 stattfand das fünfte fliegerkorps unter greims leitung wurde nach osten verlegt um die heeresgruppe süd in ihrem angriff auf die sowjetunion zu unterstützen diese verlegung markiert einen wendepunkt in greims militärischer karriere mit einer beeindruckenden intensität führten greim und seine männer angriffe durch die erhebliche schäden an sowjetischen flugzeugen und flugplätzen verursachten innerhalb eines kurzen zeitraumes von nur drei tagen zerstörten sie 77 sowjetische flugplätze und vernichteten über 900 feindliche flugzeuge sowohl auf dem boden als auch in der luft aber ihre bemühungen beschränken sich nicht nur auf direkte angriffe das fünfte fliegerkorps spielte auch eine entscheidende rolle bei der unterstützung verschiedener schlachten und operationen sie unterstützten general kleist erste panzerarmee in den entscheidenden schlachten von uman und kiew und halfen bei der eroberung des brückenkopfes von njep protoprovsk unter aufrollung der sowjetischen njeperflanke bei saprosje das bringt uns alles zu den jahren 42 bis 44 die leistung des fünften fliegerkorps endeten jedoch nicht an der ostfront im september 41 wurde das fünfte fliegerkorps zur jahresgruppe mitte verlegt um diese bei der schlacht um moskau zu unterstützen trotz der herausforderung die diese neue aufgabe mit sich brachte gelang es greimspiloten sowjetische marschkolonnen truppen konzentrationen und eisenbahnen weit im russischen hinterland unter beschuss zu nehmen und die einen einfluss auf den kriegsverlauf weiter auszubauen im frühjahr 42 wurde das fünfte fliegerkorps bei smolensk neu aufgestellt im april in luftwaffenkommando ost umbenannt und beauftragt umfassende luft und flak unterstützung für die heeresgruppe mitte bereitzustellen greims männer mussten ständig von einem gefährdeten frontabschnitt zum anderen verlegt werden da die frontlinien weitläufig und dünn besetzt waren was für greim eine herausfordernde führungsaufgabe darstellte er wurde von dem jagdflieger johannes steinhoff als eine konstante und sympathische persönlichkeit beschrieben die in diesen schwierigen zeiten stabilität ausstrahlte trotz der zahlenmäßigen überlegenheit des feindes führte greim seine soldaten durch schwere lufteinsätze das luftwaffen kommando ost hatte bis november 1942 alle seine staffeln für panzerabwehr und tiefflugangriffe eingebüßt und war von elf bomber geschwadern auf sieben und von fünf jagdgeschwadern auf vier geschrumpft 1943 setzte sich der gnadenlose krieg der zermürbung fort wenn die heeresgruppe mitte auf vitebesque zurückgedrängt wurde dienten greims piloten als eine art von krisenfeuerwehr trotz seiner taktischen erfolge und seiner beförderung zum general oberst im februar 43 war greim nicht in der lage das kriegsglück im osten zu wenden nach der unglücklichen schlacht von kursk befanden sich die heeresgruppe mitte und die stark angeschlagene sechste luftflotte ständig auf dem rückzug greim der mit einer übermacht der sowjetischen luftstreitkräfte von eins zu vier und mehr konfrontiert war blieb ein treuer anhänger hitlers zweifellos hat er die fähigkeit seine leute zu begeistern und war bei ihnen sehr beliebt am 22 juni 1944 griff die rote armee die heeresgruppe mitte mit einer gewaltigen übermacht an bei der achtmal so großen anzahl an angreifenden flugzeugen konnte greim wenig tun um die fast völlige vernichtung der heeresgruppe zu verhindern auch die sechste luftflotte erlitt schwere verluste hitler machte jedoch greim keine vorwürfe wegen dieses debakels und überreichte ihm ende 1944 das eichenlaub mit schwertern zum ritterkreuz für hitler gehörte greim immer noch zu den besten generälen der luftwaffe während dieser periode dachte hitler ernsthaft darüber nach göring in seiner rolle als führer der luftwaffe zu ersetzen richthofen befand sich zu diesem zeitpunkt in einem bedenklichen gesundheitszustand und kesselring schien an der italienischen front unverzichtbar zu sein in diesem zusammenhang begann hitler in greim einen möglichen kandidat für die führung der luftwaffe zu sehen als general korton der leiter des generalstabs der luftwaffe bei dem attentat am 20 juli 1944 tödlich verwundet wurde schlug hitler greim als seinen potenziellen nachfolger vor göring hingegen ernannte bereits am 24 juli general kreipe der jemals gegenspieler weniger bedrohung darstellte göring hatte gute gründe greim zu fürchten mitte september dachte hitler darüber nach greim die führung der luftwaffe anzutrauen am 21 september fand ein gespräch zwischen hitler und greim statt in dem hitler ihm die stellung des stellvertretenden oberbefehlshaber der luftwaffe anbot dies hätte bedeutet dass greim tatsächlich der oberbefehlshaber und göring nur ein symbolisches aushängeschild gewesen wäre in den folgenden zwei wochen diskutierte greim dieses angebot mit bohrmann himmler und ss gruppenführer fegelein als göring schließlich den mut fand greim am dritten oktober zu sich zu bestellen kam es zu einem heftigen streit laut greims spätere aussage war göring vor wut außer sich er war in seiner fantasiewelt des jagdhauses von karin hall wieder der mächtige schöpfer der luftwaffe später beschwerte sich göring bitterlich gegenüber kreipe indem er greim als verräter bezeichnete und äußerte man wolle ihn loswerden letztendlich entschied sich hitler gegen seine vorherige idee ja und das alles bringt uns natürlich zum kriegsende im winter 1944 1945 als die sowjetische rote armee die grenzen des dritten reiches in ostpreußen erreichte fand sich greim in einem inneren konflikt wieder trotz seines anhaltenden glaubens an hitler fühlte er sich hin und her gerissen zwischen seiner loyalität zum führer und seiner pflicht gegenüber deutschland und der luftwaffe in dieser schwierigen zeit am abend des 13 januar 1945 bekam er besuch von oberst günther lützow und oberst johannes steinhoff in seinem hauptquartier in polen die beiden offiziere hatten eine dringende bitte sie baten ihn persönlich an hitler heranzutreten und die entlassung von göring als oberkommandierenden der luftwaffe zu fordern nachdem sie ihrem vorschlag vorgebracht hatten öffnete greim sein herz und äußerte seine inneren qualen stellen sie sich vor meine herren in was für eine lage man mich gebracht hat mich der ich viele jahre lang dem reichsmarschall treu gedient habe der ich an den führer geglaubt habe und verdammt noch mal noch immer an ihn glaube ich versuche es wenigstens was glauben sie was ich alles widerstreben unterschreiben muss da muss man schon da braucht man eben einen festen glauben um das durchstehen zu können was sie in ihren verbänden erleben das habe ich hier hundertfach und bei meiner luftflotte wird die lage täglich aussichtsloser nein meine herren sie verlangen zu viel von mir ich kann nicht zum verräter werden ich nicht und schon gar nicht hermann göring gegenüber verstehen sie ich kann nicht einige monate später im april 1945 erweiterte sich greims befehlsgewalt auf alle luftwaffenverbände an der ostfront mit dieser beförderung bekam er die kontrolle über 2200 flugzeuge vergleich dazu verfügten die sowjet über 15.000 flugzeuge die situation war verzweifelt die meisten der besten deutschen piloten waren bereits gefallen und greim hatte fast kein flugbenzin mehr zur verfügung die luftwaffe war am rande des zusammenbruchs und greim war mitten in diesem chaotischen szenario als berlin am 23 april vollständig von der roten armee belagert war fragte göring von seinem standort in bayern aus im führerbunker nach ob er als reichsmarschall die kontrolle über das reich übernehmen sollte hitler angestachelt von bohrmann reagierte wütend entband göring all seiner position und ordnete seine festnahme an am darauffolgenden tage beauftragte er greim der mittlerweile sein hauptquartier in münchen hatte nach berlin zu kommen ein weniger engagierter mann hätte diesen befehl ignoriert denn ein flug nach berlin war unter den gegebenen umständen wie ein selbstmordversuch aber greim begleitet von der ebenso engagierten testpilotin hannah reitsch gehorchte und flog während des anfluges über dem berliner tiergarten wurde greims fuß durch eine flackgranate schwer verletzt doch reitsch gelang es auf einer von granatrichtern bezeichneten straße nahe der reichskanzlei zu landen während greims fuß behandelt wurde bezeichnete hitler göring als verräter beförderte den überraschten bayern zum generalfeldmarschall und ernannte ihn zum neuen oberbefehlshaber der luftwaffe greim der seine nationalsozialistischen überzeugungen beibehielt war von der surrealen stimmung im führerbunker tief beeindruckt wir dürfen die hoffnung nicht aufgeben teilte er general koller dem letzten generalstabschef der luftwaffe telefonisch mit alles bewegt sich noch auf einen positiven abschluss zu die begegnung mit dem führer und seine ausstrahlung haben mich enorm bestärkt in der tiefdunklen nacht zwischen dem 28 und 29 april inmitten des chaos und der verzweiflung erteilte hitler seinem treuen diener greim einen schwierigen befehl er befahl ihm aus dem belagerten berlin einer stadt die nunmehr einem kessel glich zu fliegen greim und hannah reitsch beide tief verwurzelt in ihrem unerschütterlichen loyalitätsgefühl gegenüber ihrem führer äußerten den wunsch bei ihm zu bleiben doch hitler in seiner unnachtigen art bestand darauf dass sie aufbrechen so starteten sie getrieben von hitlers befehl vor sonnenaufgang ihre riskante flucht sie entkam trotz des intensiven beschusses aus maschinengewehren und flack aus berlin ihre reise war gefährlich und erforderte mehrere umleitungen doch letztendlich landeten sie sicher im hauptquartier des großadmirals dönitz in schleswig-holstein dönitz ein mann von hitlers vertrauen war kurz vor dessen selbstmord zu seinem nachfolge ernannt worden greim war nun völlig demoralisiert alle seine träume waren vernichtet als er kurz darauf von den alliierten gefangen genommen und in ein salzburger lazarett eingeliefert wurde dort beging am 24. mai 1945 im alter von 52 jahren selbstmord vielleicht benutzte er dazu die giftkapsel die im hitler in der april noch im führerbunker überreicht hatte ja riesen dank an den benny der auch diesen generalfeldmarschall text zusammengestellt und zusammengefasst hat auch wieder hier habe ich sachen erfahren die ich vorher nicht wusste also es bringt wahrscheinlich nicht nur euch immer ein stück weiter in der geschichte sondern mich auch vielen dank an benny ich hoffe es hat euch auch gut gefallen und ihr habt was mitgenommen in diesem sinne bleibt gesund und auf bald finals noch ein